Ich meine, es ist kein Geheimnis und ich bin sehr angetan von der deutschen Lösung dieses Innovationsfonds im Gesundheitswesen. Wo ich Themen ausschreiben kann, da kann ich einfach sagen, ich schreibe meinetwegen für chronische Versorgung mit oder ohne Digitalisierung oder Kommunen Projekte aus, Initiativen bewerben. Die brauchen immer einen öffentlichen Financier als Partner. Dann kann ich Versorgungspilotprojekte umsetzen. Es ist verpflichtend, dass die evaluiert werden. Und wenn sozusagen hier das Aufwand-Nutzen-Verhältnis positiv ist, dann gibt es auch das Commitment der deutschen Kassen, die in die Regelfinanzierung zu übernehmen. Das war's. 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 Das war's.